Elgato Keylight, Elgato Keylight R und Elgato Keylight Mini? So eine Entwicklung kenne ich normalerweise nur von Smartphones, dass die Geräte immer kleiner werden, aber nun ist das Ganze auch bei Elgato mit den Lichtern so. Demnächst kriegen wir dann noch das Elgato Keylight Nano, das könnt ihr dann an euer Schlüsselbond stecken und in der Hosentasche mit euch führen. Ja gut, Spaß beiseite. In diesem Video werden wir uns einmal das Elgato Keylight Mini anschauen, ihr seht, es ist wirklich Mini und werden die wichtigen Fragen für euch klären. Ist es nämlich hell genug? Das ist ja erstmal die Frage. Dann, wie gut kann man damit das Gesicht ausleuchten, auch im Vergleich zum Elgato Keylight R und dem großen Elgato Keylight? Und vor allem, könnte man es theoretisch auch nehmen, um einen Greenscreen auszuleuchten? Also wenn ich ganz ehrlich bin, dachte ich, als Elgato mich gefragt hat, ob ich das neue Elgato Keylight Mini testen möchte, ob das Ganze ein Joke ist. Ja, wie ihr selbst seht, ist es kein Joke, sondern das Gerät gibt es wirklich und das Gerät kann auch ganz schön hell werden, denn wenn man das mal anschaltet, jo, das ist hell. Wir werden uns in diesem Video das Elgato Keylight Mini einmal Step by Step anschauen. Ich erkläre euch genau, welche Spezifikationen das Gerät hat. Das heißt, was kann es denn genau? Vergleiche es auch mit dem Elgato Keylight R und dem großen Elgato Keylight und dann werden wir noch ein paar schöne Tests machen, um die Fragen zuvor aus dem Intro zu klären. Um die Frage aller Fragen erstmal vorwegzunehmen, was kostet das Elgato Keylight Mini? Mit einer UVP von 99,99 Euro ist es definitiv schon mal günstiger als das Elgato Keylight R mit einer UVP von 129,99 Euro beziehungsweise dem Elgato Keylight mit einer UVP von 199,99 Euro. Bei der Leuchtkraft bekommen wir hier mit dem Elgato Keylight Mini 800 Lumen. Verglichen zum Elgato Keylight R mit 1400 Lumen sowie dem Elgato Keylight mit 2800 Lumen haben wir hier natürlich wesentlich niedrigere Werte. Aber ob das Ganze nachher ausreicht, um euch passend zu beleuchten, das werden wir auf jeden Fall testen. Bei der Farbtemperatur bleiben wir im Elgato Keylight Spektrum, denn das Keylight R und das Keylight haben einen Farbtemperaturbereich von 2900 Kelvin bis 7000 Kelvin und das kann das Elgato Keylight Mini auch. Bei der Größe kann man definitiv von Mini sprechen, denn wir haben hier eine Breite von 147 Millimeter, eine Höhe von 100 Millimeter und eine Tiefe von 17 Millimeter. Beim Keylight R haben wir 205 Millimeter in der Breite, 205 Millimeter in der Höhe und 35 Millimeter in der Tiefe. Und beim Elgato Keylight haben wir 350 Millimeter in der Breite, 250 Millimeter in der Höhe und 30 Millimeter in der Tiefe. Damit kann man ganz klar sagen, das Elgato Keylight Mini ist Mini, es passt nämlich wirklich einfach in eine Hand. Was aber beim Elgato Keylight Mini anders als bei den anderen Keylights ist, dass es einen integrierten Akku hat. Dieser hat 4000 Milliampere Stunden und hält bei maximal 50% Leuchtkraft bis zu 4 Stunden. Geladen werden kann das Keylight Mini dann über ein mitgeliefertes USB-C auf USB-A-Kabel. Bei 3 Ampere und 5 Volt ist dann eine komplette Schnellladung von 60 Minuten möglich. Aber das muss man auch hier sagen, das Elgato Keylight kann natürlich, wenn es angeschlossen ist, über den USB-C Anschluss auch direkt verwendet werden. Also läuft er nicht über den Akkubetrieb. Bei der Steuerung des Elgato Keylight Mini gibt es erst einmal die Möglichkeit, direkt am Gerät Knöpfe zu verwenden. Das heißt, man kann das Gerät ein- und ausschalten, man kann Helligkeit und Farbtemperatur direkt am Gerät einstellen. Man kann das Ganze aber auch mit der Elgato Control Center App machen. Diese ist ja für das Elgato Keylight R oder das Elgato Keylight schon nutzbar. Und auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, wenn ihr das Elgato Keylight Mini mit eurem WLAN verbindet, über die Control Center App am PC oder auch am Smartphone das Keylight Mini richtig einzustellen. Und auch die Elgato Stream Deck Integration, die für das Keylight R und das Keylight funktioniert, funktioniert auch für das Keylight Mini. Das heißt, das Keylight Mini fügt sich hier in das komplette Spektrum der Keylights von Elgato ein. Für die Verbindung des Elgato Keylight Mini braucht ihr ein WLAN mit 2,4 GHz oder 5 GHz Netz und es werden die 802.11 A, B, G und N Standards mit WPA2 plus AES Verschlüsselung oder WPA plus T-Cip und AES Verschlüsselung angeboten. Als kompatible Betriebssysteme sind Windows 10 oder höher, Mac OS 10.14 oder höher, sowie iOS 13 oder neuer und Android 6 oder neuer angegeben. Ein ziemlich wichtiger Punkt beim Elgato Keylight Mini ist, denke ich, auch noch die Möglichkeit der Anbringung. Denn ihr habt einerseits eine magnetische Rückfläche, das heißt, ihr könnt es überall an Metall magnetisch anbringen. Ihr habt aber auch noch auf der Unterseite ein 1,25 Zoll Gewinde. Das heißt, hier habt ihr die Möglichkeit, solltet ihr die passende Anbringung haben, das Ganze über ein 1,25 Zoll Gewinde anzuschrauben. Aber auch ganz wichtig zu erwähnen ist, ihr habt keine weitere Halterung mit dabei. Das heißt, weder ein Adaptergewinde, was dabei ist, noch einen Standfuß oder Sonstiges. Denn in der Verpackung einzig und allein erhaltet ihr einmal das Elgato Keylight Mini und ein USB-C angewinkelt auf USB-Typ A-Kabel. Was ich mich aber nun gefragt habe, wie hell und wie gut ist das Keylight Mini, wenn es darum geht, das Gesicht auszuleuchten. Das heißt, was wir nun machen werden, ist, ich werde meine komplette Studiobeleuchtung hier einmal ausmachen und wir werden nur mit den Elgato Keylights arbeiten. Das heißt, dem Elgato Keylight Mini, dem Elgato Keylight R und dem großen Elgato Keylight. Alle einzeln für sich und dann schauen wir mal, wie gut es ausleuchtet und wie gut wir damit die Kamera auch eingestellt bekommen. Ihr solltet mich jetzt relativ bescheiden sehen können, denn alle Lichter sind aus, außer die Hintergrundbeleuchtung und der Monitor links vor mir. Also eigentlich so, wie man es jetzt testen möchte. Denn ihr solltet ja auch einen Monitor haben und der beleuchtet natürlich euer Gesicht auch ein wenig. Was wir nun machen, wir beginnen mit dem Keylight Mini. Das schalten wir einfach mal an und das Ganze habe ich bei allen drei Leuchten jetzt auf 5400 Kelvin eingestellt, einfach weil meine Kamera für diesen Weißabgleich eingestellt ist. Wir haben 0% Helligkeit und ich gehe jetzt einfach mal mit der Helligkeit hoch und wir schauen uns mal an, inwieweit Keylight Mini mich ausleuchten kann. Ihr solltet mich jetzt schon wesentlich besser sehen. Ich bin jetzt bei 64% Helligkeit. Ich gehe jetzt nochmal weiter hoch. Jetzt sind wir bei 80% Helligkeit. Das wird für mich langsam schon unangenehm, weil man wirklich so einen kleinen weißen Fleck vor sich hat, der doch relativ doll blendet. Jetzt gehen wir mal auf 100%. Das wäre jetzt 100% Helligkeit. Ich kann kaum noch gerade ausgucken, denn es ist wirklich ganz schön hell, aber es geht. Wenn man sich jetzt anschaut, wie gut ich beleuchtet werde hier in der Kamera, mein Gesicht wird auf jeden Fall einigermaßen gut beleuchtet. Also das reicht auf jeden Fall aus. Kommt natürlich auch auf eure Kamera drauf an, wie ihr die Kamera eingestellt habt. Aber um den Vergleich zu sehen, habe ich an der Kamera halt einfach rein gar nichts geändert. Das ist jetzt das Keylight Mini. Wir machen das Keylight Mini mal aus und machen den ganzen Spaß jetzt mal mit dem Keylight R. Keylight R auf niedrigster Helligkeitsstufe eingestellt. Und jetzt gehen wir mal mit dem Keylight R ein wenig hoch. Jetzt sind wir bei 20%. Jetzt sind wir bei 40%. Das sieht schon wesentlich besser aus. Ist auch angenehmer im Gesicht. Jetzt sind wir bei 60%. Und jetzt würde ich schon sagen, ist man eigentlich relativ gut ausgeleuchtet. Das würde schon reichen. Wir gehen aber mal weiter hoch. Jetzt sind wir bei 80%. Und jetzt sind wir bei 100%. Und 100% wäre meines Erachtens nach schon ein wenig zu viel für das Gesicht. Aber hier hat man auf jeden Fall mehr Reserven nach hinten raus. Als kleiner Vergleich. Jetzt machen wir das Keylight R auch nochmal aus und gehen auf das große Keylight. Großes Keylight. Niedrigste Helligkeitsstufe. Wir gehen jetzt erstmal hoch. Wir sind jetzt bei 10%. Jetzt sind wir bei 20%. Jetzt sind wir bei 30%. 40%. 50%. Und selbst hier würde ich schon sagen, das würde jetzt vollkommen ausreichen. Mit der Beleuchtung des Gesichts. Wir gehen aber nochmal weiter hoch. Jetzt sind wir bei 60%. Bei 70%. Bei 80%. Bei 90%. Und bei 100%. Das große Elgato Keylight. Also ihr merkt, die Unterschiede sind hier ganz klar. Das Keylight Mini schafft es zwar, das Gesicht auszuleuchten. Aber es ist natürlich, man muss es schon ziemlich weit hoch stellen. Und ganz klar muss man hier auch sagen, es blendet bei 100% Helligkeit. Keylight R war schon bei niedrigeren Helligkeitsstufen wesentlich besser. Aber gut, was soll man erwarten? Wir haben hier halt einen Unterschied von 800 Lumen zu 1400 Lumen und dann mit dem großen Keylight zu 2800 Lumen. Wechseln wir nochmal zurück auf das Elgato Keylight Mini. Das heißt, ich mache hier mal das große aus und gehe wieder auf das kleine. Habe es jetzt immer noch bei 100% Helligkeit. Und um die erste Frage zu klären, kann man mit dem Elgato Keylight Mini das Gesicht ausleuchten? Und da würde ich sagen, ja kann man, aber es ist halt sehr hell. Sehr, sehr hell. Also es ist halt ein wenig unangenehm, muss ich sagen. Für ein festes Setup, ein Elgato Keylight Mini, würde sicherlich funktionieren. Kommt natürlich auch auf eure Kamera drauf an. Bei Webcams ist die Welt schon wieder ganz anders. Da kann man schon mit wesentlich weniger Licht arbeiten. Aber Webcams, die hellen das Bild natürlich auch digital ein bisschen auf. Das heißt, die verstärken nach. Da ist das Bild dann dadurch halt auch ein bisschen mehr mit Rauschen versehen, als wenn man es mit einer richtigen Kamera macht. Aber einfach, damit ihr mal den Vergleich zwischen Keylight Mini, Keylight Air und dem großen Elgato Keylight sehen konntet. Jetzt stand für mich aber noch eine weitere Frage im Raum. Und zwar könnte ich theoretisch das Elgato Keylight Mini nehmen, um nicht nur mein Gesicht auszuleuchten, sondern auch einen Greenscreen. Und wisst ihr was? Das probieren wir doch jetzt einfach mal aus. Wir ziehen jetzt einfach mal den Greenscreen hinter uns hoch, oder was? So, Greenscreen ist hochgezogen. Ihr seht hinter mir den Greenscreen. Und was ihr definitiv ganz schnell sehen solltet, ist, wie viel Schatten ich werfe. Und das wird auch das Problem werden beim Elgato Keylight Mini. Und ich sehe auch gar nicht den Anreiz vom Elgato Keylight Mini, damit ein Greenscreen ausleuchten zu müssen. Das Keylight Mini hat halt eine sehr kompakte Größe. Das heißt, man hat wenig Leuchtfläche und umso weniger Leuchtfläche man hat, umso eher können Objekte wie ich zum Beispiel einen Schatten werfen, den ihr nun hinter mir seht. Und solche Schatten sind natürlich ganz böse, wenn man einen Greenscreen verwendet, denn alles, was nun schattig ist, auf der Seite, ich muss umdenken, alles, was schattig ist, wird Rauschen im Greenscreen, also beim Nutzen eines Chroma Keys verursachen und dadurch auch echt nicht gut aussehen. Das mal als kleines Beispiel. Wenn man das mit der Fläche, also der Leuchtfläche der Lampe vergrößert, werdet ihr ganz schnell sehen, dass es mit größerer Fläche besser funktioniert. Also wenn ich zum Beispiel das Keylight Mini ausmache und das Keylight R anmache, seht ihr, dass der Schatten schon wesentlich kleiner geworden ist. Kommt natürlich auch auf die Position der Lampe an, aber alle drei Lampen sind direkt um die Kamera herum, auf mich leuchtend. Ich mache mal das Keylight R aus und mache nochmal das große Elgato Keylight an und da seht ihr, dass ich schon wesentlich weniger bzw. schwachen Schatten werfe und vor allem auch die Helligkeit auf dem Greenscreen. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Die Helligkeit auf dem Greenscreen ist bei einer großen Leuchtfläche wesentlich ausleuchtender und besser gegeben als bei einer kleinen. Wir machen nochmal die große Keylight aus und machen Keylight Mini an und da seht ihr, ja der Grünton ist gegeben, aber schon relativ schwach. Wenn man da jetzt ein Chroma Key drauflegt, das wird problematisch werden. Also hier muss man auch ganz klar sagen, der Anspruch der Keylight Mini ist nicht, auch noch einen Greenscreen mit auszuleuchten, sondern lediglich in eurem Setup euer Gesicht auszuleuchten. Und das macht das Keylight Mini an sich wunderbar, wenn man es halt volle Möhre aufdreht. So, ich habe dann auch meine Studiobeleuchtung mal wieder angeschmissen und ich würde sagen, wir kommen nochmal zu einer kurzen Einschätzung bzw. meiner Meinung zum Elgato Keylight Mini. Eine Sache kann ich sagen, das Gerät ist an sich cool. Man hat kompakt und klein die Möglichkeit, eine Beleuchtung mitzunehmen. Das heißt, egal wo ich hingehe, kann ich diese Beleuchtung nutzen, um zum Beispiel ein Objekt wie mich, mein Gesicht auszuleuchten oder andere Dinge, die ich filmen möchte. Für ein festes Setup würde ich das Elgato Keylight Mini nicht empfehlen. Da bin ich auch ganz ehrlich, denn das Elgato Keylight Mini hat für einen Preis von 99,99 Euro einfach das Problem, dass die Leuchtfläche ein bisschen zu klein ist und auch die Anbringungsmöglichkeiten. Denn ihr habt ja lediglich neben dem Gerät noch ein USB-C auf USB-A-Kabel, aber ihr habt keine Halterung. Das heißt, ihr habt keinen Standfuß oder eine Tischhalterung. Wenn ihr also das Ganze in eurem festen Setup anbringen wollt, müsstet ihr entweder schon irgendwie einen Standfuß haben mit einem 1,25 Zoll Gewinne oder dann halt noch einem Adapter oder ihr müsstet euch einen Standfuß kaufen. Da kommen wir aber ganz schnell wieder raus bei dem Preis vom Elgato Keylight R, was dann ja schon mit Standfuß daherkommt. Also ihr seht ganz klar, wo die Reise hingeht. Das Elgato Keylight Mini ist eine coole Sache und für alle Leute, die wirklich gar keinen Platz haben, kann man das sicherlich verwenden. Wenn man aber ein bisschen mehr Platz hat, würde ich für ein festes Setup eher auf ein Elgato Keylight R oder größer gehen. Für mobil unterwegs, klasse. Gar keine Sache, wenn ihr zum Beispiel in der Küche mal ein Stream macht oder wenn ihr draußen unterwegs seid. Abends habt ihr unterwegs ein wirklich gutes Gerät, was gut einstellbar ist und ein wirklich tolles Licht abgibt. Meine ehrliche Einschätzung zu dem Ganzen. Mich würde ja nun mal interessieren, was ihr zum Elgato Keylight Mini sagt. Schreibt es mir doch gerne mal unten in die Kommentare. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.